iPad-Trick Nummer 1 Ganz einfach, superschnelle Notizen erstellen. Klicke mit deinem Stift in die Mitte des Sperrbildschirms. Schon öffnet sich die Notizen-App und du kannst anfangen zu schreiben. Damit es funktioniert, gehe in die Einstellung Notizen ganz unten Zugriff im Sperrbildschirm ein. Und jetzt abonniere meinen Kanal, um keine weiteren Tipps mehr zu verpassen.